Nicht jucheln und nicht am Seil anlängen. 15 Wut. Jetzt wieder wegnehmen. Jetzt könnt ihr mit dem Seil vorbein. Jawohl. Und jetzt nicht die Würrensäcke, Jungs. Ganz ruhig. Erst dann, wenn man sagt, dass es da vorne geht, geht ihr mit für uns. Es geht jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Würrensäcke. Hallo! Genau. Perfekt. 1,6 Kilometer. Und es gibt tatsächlich Helfer, als mit der Weltklasse. Ich hoffe nicht, dass der Maia Neueschwander ihre Mutter auch da ist und mitrennen will. Das kommt nicht gut.